Trouble in Terrorist Town mit allen aus dem T-Beat-Suite und Dalu-Card und wir spielen heute, ich habe keine Ahnung. Oh ne 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 ne. Hallo? Ich bin wieder Eno. Ja, du tschu. Ja, als ob du lügst worden. Oh loil, ist direkt einer gestorben hier am Anfang. Auf jeden Fall, selbst so sieht das aus. Ist direkt einer am Anfang gestorben. Oh, Christian schreit Sepp. Ne, ohne Spaß. Ja, ja, ich glaub dir, dass Christian tot ist. Ja, okay. Da besteht kein Zweifel dran. Ja, war ich. Peter war's und ist im Dead Ringer. Peter, warum nicht fettest du dich nicht? Dann müssten es Peter und Sepp sein, weil die anderen leichter auch noch nicht confirmed ist. Ja, genau. Ja, Peter und Sepp, das ist confirmed. Sepp ist tot. Alter, wie schnell denn du wegkommst. Also ist auch geil, dass man, dass man, dass man, ich gehe auf Toilette nicht hört. Ja, hab ich nicht gehört. Aber ich auch nicht gehört. Hat keiner gehört. Hast du gar nicht gesagt. Alles klar. Und Jay redet immer mit sich selber. Deswegen musste ich, Christian, ich musste die Chance nutzen. Ich habe nämlich im Hintergrund gesehen, wie Jay da einfach nur rumsteht und dann musste ich dem schnell eine geben. Dann musste ich die Chance am Anfang erstmal ergreifen mit beiden Händen. Scheiße. Und dann kam Dalo um die Ecke und hat uns beide weg, umgenockt. Weißt du, der macht den One-Shot mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Shotgun, aber wir standen ja genau, also wir haben uns ja gerammt beim um die Ecke laufen. Ja, das stimmt. Ja, bist du langsam. Ja, ich weiß. Scheiße. Oh, wieso? Okay. Wir suchen mal für dich eine Waffe. Was hältst du davon? Oh, ich habe schon eine gefunden. Jay, lass da halt. Guten Tag. Ja, jetzt gebe ich dir One-Shot mit der Schrotze. Dalo. Nee, egal, was du bist. Nein. Da! Sepp, einer von den beiden. What the fuck? Wer hat mich denn gefunden? Der Jay steht an den Weg. Ich bin nicht Traitor. Wo bist du denn? Ich bin nicht Traitor. Du bist nicht Traitor. Nein, wir haben das Spiel gespielt. Und Jay hat verloren. Wo bist du hin? Ich bin runtergefallen. Ich bin durch den Loch gefallen. Leute, er hat Traitor. Ihr habt 25 Damage bekommen. Er war nicht Traitor. Doch. Das ist ein Anzeigefehler im Scoreboard. Da ist kein Traitor, wenn du die Leiche anguckst. Er hat das Spielchen gespielt. Ja. Und Jay hat verloren. Bram und ich haben auch das Spielchen gespielt. Wir haben beide gezögert. Einer von euch beiden ist aber Traitor. Ja. Doch, weil Christian hat Jay geschossen. Die haben das Spiel gespielt. Die haben acht Sekunden gebraucht, um sich zu töten. Ja, das stimmt. Aber dann war es trotzdem rausgekommen, dass Jay Traitor war. Achso, das war gar kein One-Hit-Ding. Nein, die haben echt lange geschossen. Christian hat zu kurz die. Damit kannst du die sowieso nicht wegmachen. Was soll das denn heißen? Für Jay hat gereicht, ja? Ja, nein, du kannst die nicht One-Shot machen. Kann ich nicht. Hast du keine Credits mehr? Was ist das denn? Ich hatte null Credits von Anfang an, weil ich innocent bin. Christian passt einfach auf die leichte Aura. Ja, da kann ich total gut drauf aufpassen. Kein Problem. Blut da, hallo. Ja. Ich? Ich habe den Traitor. Oh, hast du gehört? Christian wurde gerade gemacht. Dann muss es Brammen sein. Dann muss es Brammen sein. Ich bin nicht. Doch. Bin ich meiner Nähe. Ja, genau. Weißt du, wo das passiert ist? Wo ist denn die Nähe? Am Spawn. Ich habe keine Ahnung, wo die Nähe ist. Moment mal. Ich war doch fast fertig. Warst du noch nicht fertig, ne? Warst du noch nicht fertig? Bist du einfach eiskalt durch das Feuer gelaufen? Ja, natürlich. Ne, die ist gerade in mir explodiert. Ja. Scheiße. Ich bin dann in dem Moment durch die Gruppe, die explodiert ist. Hier sind die ganzen Leichen. Alter, was geht denn hier? Aktenparty, oder was? Alter Vater. Was ne Runde. Das lief jetzt weniger gut. Das lief jetzt weniger gut. Das lief jetzt weniger gut. Ich hatte nur noch 1 HP. Oh, das ist immer ein Haar. Keine Chance. Also. Ich habe genauso in Kauf genommen, eventuell einen Innozenten zu töten. Von daher war das okay. Nein! Ist halt beim Spielspielen so, oder? Nein! Ich meine Arschen. Ha, ich habe die gekriegt. Wenn man ein Spiel spielt, muss man immer davon ausgehen, getötet zu werden. Absolut. Oder jemanden zu töten. Wobei ich glaube, als Innozenter würde ich glaube ich nicht durchziehen. Ja, aber so lange kannst du ja nicht warten. Weil, was machst du, wenn der andere direkt schon schießt? Hat Jay zuerst geschossen? Nee! Weiß ich gar nicht. Ich glaube so in... Fuck. Wir haben gleichzeitig geschossen. Hallo! Meine Granate. Wir sind ja nicht sicher. Dallu ist hier. Und wir sind ein bisschen viele. Äh, drei Stück. Alle am Spawn. Ja, Dallu. Die Dilo. Äh, die Diegel ziehen, ja. Die Dilo. Die Dinos. Ey, die hab ich gestern wieder... Nee, vorgestern hab ich die wieder geguckt. Nicht die Mama! Die Dinos sind super. Hallo, da... LOL! Ey, das mach ich nicht. Alter, Dallu! Wann hast du gemacht? Dallu, du bist so ein Scheiß! Nein, Dallu! Jesus! Du bist so krass! Auf jeden... Peter! Ich dachte, du hättest ne Mellen oder sowas hinter dich gelegt und... Wow! Wow, Jay. Was war das denn für die Stelle? Alter, Dallu kommt, Dallu kommt die Treppe runter, ja. Und hinter mir kommt ne Leiche entgegen geflogen. Ich dachte halt, der hätt ne Mellen da oben gelegt, sonst Bram wär da hinter... Ja klar, der hättest doch ne Mellen da oben hinkriegen können! Wenn Bram in der Treppe stolpert, bin ich doch nicht in der Mitte. Ja! Ist klar! Auf jeden Fall! Wie ist denn Bram dann gestorben? Ich hab von hinten auf... mit der Mellen auf den geschossen. Dann ist er nach vorne nicht geflogen. Komm, Mann, ey, wie behindert. Scheiße. Das ist doch für ne Scheiße, ey. Nein, nein, nein! Hahaha. Aber hier liegen eben ernst genug. Minus vier Alkoi, ja. Aber eben sind wir mit drei Leuten hier gestartet, dann hat einer mal Pech gehabt. Ah, Jay wird jetzt Trigger-happy sein. Die Dinos, ne super... Bin ich schon sowieso die ganze Zeit. Komm schon! Jetzt läuft jetzt! Ich hab' nicht mit... Ich hab' nicht gesagt... Oh, nein! Ahhhh! Dann haben wir wieder mit Kacke hier. Hey, Kacke, deine Scheiß-Schrotze. Okay, ich will noch die Munition haben. Ja, ja, das ist überhaupt... Nein, Bram macht nix. Ja, Jay. Was ist denn das hier eigentlich? Sollte ne Schule sein? Stadium. Stadium, ja. Ah, ich glaub das ist ne Schule. Hier ist Feuer, okay. Hinter dir ist noch einer. Hinter dir ist noch einer. Ich weiß überhaupt nicht... Wieso hast du denn den anderen nicht beachtet? Mistig. Bist du nicht? Du bist auch nicht zugelaufen. Ja, ja. Alter. Das ist ne Leiche! Was denn? Peter! Nein, 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 nein. Hast du denn grade gekillt? Wen denn überhaupt? In der Ecke, wo ich grade war, da hab ich Bram getötet. Oh, der ist ja wirklich tot! Stimmt ich was? Dalu! Wer ist vor... Ich bin mir sehr sicher, dass das Peter war. Nein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Peter war. Ich glaub das war sehr. Oh! Der hat grad Dalu gekillt. Das war... Nein, ich hab aus Versehen gleich getötet. Deswegen hat der Dalu... Deswegen hat der Dalu gerufen. Leute ey! Nein! Ich... Ach Gott ey. Du lebst doch gar nicht mehr. Du darfst gar nichts mehr sagen. Oh, Peter. Hallo. Ich muss hier mal weg. Was? Wie viel Leben hast du noch? 100? Ja, du hast dich mit dem Baby gekriegt. Du hast hier noch voll ins Gesicht gekriegt. Ich hab... Du hast mich nicht getroffen ey. So eine Scheiße ey! Was ist das denn für ne Rotzrunde grade? Da seh ich noch die... die Mellen auf mich zu fliegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Peter es war. Ja, Jay. Peter ist vor dir her gelaufen eben, Sepp, oder? Du kamst da aber her, ohne was zu bemerken. Ich wusste aber gar nicht, dass da einer getötet wurde. Ohne... Allein das war schon fishy. Ob du es jetzt warst oder nicht. Da war ein Shotgun-Schuss zwischendurch. Ich hab das nicht mitbekommen, dass Dalu schon einen gekillt hat. Das meinte ich. Jetzt hab ich recht gehabt. Oh oh. Noch ne Runde? Ich kann zumindest One Shot kill. Problem ist, Dalu macht Spaß damit. Das ist mir egal. Ich guck, ich guck nur. Das ist mir egal. Ich hab damit nichts zu tun. Nein, ich spiel nicht mit. Wir sind gleich beide Trailer, wenn ich tot bin. Jay spielt auch nicht mit. Ne, wir spielen nicht. Warmen! Warmen! Ja, ich steh vor dir. Ja, ich weiß ja. Ich weiß, wie ich heiße. Ja, ich weiß immer noch wie ich heiße. Jay ist immer noch bei mir, Christian. Bist du auch noch da? Christian? Nee, nee. Ja, so ein bisschen. Nee, Christian tust du nicht halt. Ja, aber da ist Dalu und Jay sind auch laut. Wir sind zu fit hier. Komm, wir laufen alle zusammen und suchen Bram. Der ist direkt hier. Der ist doch bei uns. Okay. Oh ne Mellon! Bram hat ne Mellon geworfen. Dalu. Dalu ist es. Dalu war der andere. Dalu ist der andere. Nee, ich bin der eine. Dalu ist der andere. Nein, ich muss den Nachladen. Alles klar. Dalu. Ja. Dalu hat mir in den Rücken geschossen. Alter. Mach dir mal kurz weg. Oh ne, hau ab. Lauf, lauf, lauf. Ich hab kein Leben mehr. Loll. War er Traitor? Ich dachte, wir sind alle tot. Wie kommst du so schnell aus dem Dead Ringer raus? Ey, Mann! Rechte Maus. Nee, das geht nicht immer. Musst du den ganz halt hämmern. Hast du in dem kleinen Raum am Start direkt gekauft? Da hab ich den Dead Ringer angemacht. Es war so klar, Mann. Mann, ich hatte es wieder im Kopf gehabt, ey. Mann, ich schieß jetzt einfach. Was sind das für kurze Runden hier eigentlich? Jay, du hast eh minus zwei Punkte. Es geht mega ab hier. Einmal 10 Minuten. Jetzt ist die letzte Runde. Aber wenn Jay Trader wird, dauert es ja wieder länger. Fuck you. Warum? Weil er direkt stirbt oder wann? Oh Jay. Oh Jay. Das könnte böse enden. Schnell die Waffe noch gewechselt. Boah, wie hoch ist jetzt die Chance, dass Jay oder Darlou Traitor werden? Keine Smoke. Keine Smoke. Kann ich schubsen? Ich kann nicht schubsen! Okay, Bram hat eine Granate reingeworfen. Oh nein, jetzt bin ich ja ganz schön. Granate! Das ist echt cool. Sepp hat auch eine geworfen, aber ich krieg schon nichts mehr. Sepp is it! Komm, zieh doch den Melon Launcher. Komm! Verkauf jetzt Getränke hier. Ja Darlou! Zieh doch den Melon! Wo schmeißt du denn die Getränke raus? Wenn du eine Explosion hat, Larlou, wirst du Bescheid. Wir sind, wir sind out of stock. Ja Darlou. Das bringt das nicht, das ist doch langsam. Das musst du doch bewusst sein. Hallo! Hast du mit dem Dead Ringer gespielt? Irgendeiner hat den Dead Ringer ganz oft an und aus gemacht. Interessant. Ich hätt gerne was aus dem lila Kühlschrank, Christian. Komm Darlou, wo bist du? Das ist safe service, oben. Wegen Feuer. Na? Oh Darlou, der hat keinen Dead Ringer. Oh Darlou, wobei der hat keinen Dead Ringer. Ja eben. Darlou würde auch nicht sagen, da hat jemand den Dead Ringer angehört. Oh nein, jetzt schießt nicht wieder auf mich. Oben war ein Melon. Oben war ein Melon. Wer war das? Äh... Christian, warst du das? Der kann ja... Selten Jay war das. Hab doch gesagt, er wird schon hinterher alles. Der ist tot. Darlou, neben noch du, ich, Christian und Peter. Der hat auf Sepp geschossen. Äh... Darlou hat den weggebracht. Dann... Alter Darlou. Dann bleibt nur noch Christian und Peter. Dann bleibt nur noch Peter. Und Christian. Keine Mutter. Da Peter die ganze Zeit total ruhig ist... Wo ist Peter denn? Peter! Christian! Da ist Peter. Hä? Ah! Sehr schön. Und Peter ist tot, oder? Na ja, Peter hat sich jetzt einen Melon gekauft und wartet um die Ecke. Was? Ja. Hahaha! Genauso war es auch. Peter ist hier vorne. Ja. Hat einen Deadringer. Hm. Hier lang. Äh... Hinten. Ja, hinten links. Hm. Ach, Peter du geiles Schnittchen. Kannst du aber was sagen? Ja, ich hab ein bisschen Angst gerade. Faden gekriegt. Äh... Darlou, sollen wir uns so J bewegen? Ne, ist an der anderen Seite. Fuck! Okay. Gut. Rechts oder links ist unbekannt. Christian. Lass mal zu Jay gehen, der müsste doch hier hinten sein, oder? Witz, wo habt ihr denn Jay gekillt? Ah, hier ist Jay. Na ja, guck mal, hier ist Jay. Äh, Peter der ist über am Spawn, da wo die Leute sich immer duellieren. Da oben drüber. Wo Christian mir die, äh, Cola verkaufen wollte. Er trinkt. Ja, klar. Muss ja. So low wie der ist. Ist er nicht ohne. Was ist denn für Bullshit? Hallo. Nice. Er hat sich gehört. Peter, was hast du denn da gerade getrunken? Ich hab das Samina-Ding getrunken, weil ich dachte, da steht Greatly Increases Walk Speed. Und ich wollte jetzt voll durch die Gegend flitzen. Aber es ist überhaupt nichts passiert. Schnell war der Peter. Deswegen hat Darlou auch mal hier mit 48 Punkten. Sag mal, kann die Van eigentlich nur einen Schaden machen? Ich hab halt auf beide geschossen. Ich glaub auf Darlou und noch wen. Und einen, ich glaub Bram. Und Bram ist nur gestorben. Darlou hat gar keinen Schaden bekommen. Ich glaub. Ich war schon weit weg. Also ich glaub, genau. Also ich glaub schon. Er hat sich geschossen zu dem Zeitpunkt waren echt nur die beiden. Dann müssen die ja schon ineinander stehen. Das ist ja komisch. Das ist ja schon Doppelkills mit Mellen gemacht worden. Ja, Darlou hat gewonnen. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Kakariko. Schütz. 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 Schütz.